auf meinem kanal stokern und zwar zu ja mit perfekt ja ich habe sehr bock dazu zu gehen weil ich möchte immer finden etwas was keine große ist weil ich bin seit drei wochen die schoß an die top als leggins aber die ist noch unterstabil bei mir bei mir auch am ende mein gut ist fast kaputt wenn man kaputt geht er gibt mein leben keinen sinn mehr ja man auch und wenn man sich auf dem Weg hat ich gehe noch mal zurück was dann ich komme mit dir Kostel mit einer Pläne die Gerd Heldung so scheiße aus dem richtigen Amsterbark hat mir jemand die weiße Szene gezogen was weiße 10 schon mal gehabt und weiße Zähne nicht auch nicht so gut was hätte ich habe so dicke bocken hallo ich bin schrott ja ich hab mein ganzes kopf in der kiste gelegt komm ich weiß, los, da lang ich habe Kettenbrustlaste gefunden in den Dings hab ich schon ein Netzerkappel aus dem Dings ist ein Lootpack tue sie den klein, tue sie den klein, tue sie den klein das stimmt kein boost geben ich bin ein guter Freund ich gebe dir ein boost mit meinem kraft 1 bogen wenn der kraft 1 bogen der mir 8 schaden macht oder sowas ist das ja egal hier waren wir noch letzte mal schon hier ist nicht gewesen ja dann andere Richtung krass, ich bin der Hauptmann der Leiter dann lass in die Richtung dann lass in die Richtung so Eisbeck, dann ist doch ein Eisbeck gewesen, links und mehr echt Eisbeck? wo? ja, da hinten war ein Eisbeck, da hinten war ein Eisbeck das heißt, da kann auch eine Age City sein ja, aber wir gehen nicht in die Age City natürlich gehen wir da nicht rein, da kommt dann irgendwie so ein Warden um die Ecke und dann sind wir eh tot wenn jemand er gibt und der warst du mir den wurden und du musst mir mein feld die ist i won't punch you ich habe mich zu reden ich bin ein bisschen ich weiß nicht noch ein schneeberg ich habe gedacht der schneeberg ist das vor wie bist du da hingekommen Ich bin noch nicht vom Schnee weg. Leute, jetzt habt ihr den Beweis. Perfekt HACKED. Nein. Perfekt HACKED. Perfekt ist ein kleiner Hacker. Boah, das sieht komisch aus. Ach so, da ist Schnee. Ach so, jetzt siehts auch. Ist ja oben lang gelaufen. Ey, ich war heute. Hallo. Ich bin auf dem kacken Berg drauf. Ja, ich bin auch auf dem blöden Berg drauf. Du bist ja nicht. Das heißt, du bist irgendwie auf die oberste Spitze geflogen. Ich bin noch auf der oberste Spitze. Aber ich bin nicht hier geflogen. Ja, ja, ja. Hacker. Mann, ich bin hier irgendwo, aber... Ja, egal, dann geht's ja so weiter. Du wolltest doch irgendwas sagen, bevor ich dich noch verbrochen habe. Was ist denn? Ja, ist egal. Ist ein unlustiger Witz gewesen. Egal. Du bist eh immer unlustig. Spaß. Was warst du für... Ey, nein, Pulverschnee. Oh mein Gott, ich werd sterben. Mein Ende. Ha ha. Überlebt. Was war dein Witz? Lustig. Meiiiiin. 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 Was war dann? Jun, ich hab mir unten nie Big Baba Bubo-Höhle gefunden. Ich bin auf der größten Bergspitze. Wo bist du? Keine Ahnung, ich bin... Tempo-Tuch. Du guckst du oder? Kann ich einen Water-MLG machen? Nein! Ich hab ein anderes aufgefunden. Ich hoffe nicht, hab ich nicht. MLG, MLG, MLG. Ich bin MLG verkackt. Ich hab lieber was aufgemacht. Ich geh in das Kackdorf rein. Ja, geh rein. Vielleicht findest du ein paar Emeralds. Ich hab Clay. Clay kann man verkaufen. Ich hab 40 Clay-Blöcke. Nein. Ja, dann verkauf ich auch. Und 10 Clay. Und 10 Clay kann man verkaufen. Aber kein... Nicht 10 Clay-Blöcke, sondern ey. 10 Clay-Blöcke. 10 Clay-Blöcke. Pinkes Bio-Mädchen. Spass. Leute, nur weil das Bio-Pinkes ist. Das ist nicht für Mädchen, Leute. Ihr könnt jede Farbe nehmen, die ihr wollt. Ja, das ist natürlich wichtig. Ja, das ist natürlich wichtig. Ja. Was probiert du eigentlich? Spass. Ja, ich bin ja auch mittlerweile wirklich verloren. Ich bin irgendwo im tiefsten Wald. Ich hab auch keine Ahnung wo. Hä? Ich bin in den Kackdorf. Zurecht wie so ein Pinkes Bio. Ich kann ja auch mal den Kott sagen. Ja, sag mal Kott. Ähm. Minus 850 und minus 950. Ich bin bei minus 1.100 und bei minus 975. Ich bin... Was? Was ist 2... Ne, minus 1.100 und hinten ist minus 975. Wo bist du hingegangen? Ich weiß auch nicht. Ich war auf dem Schneeberg. Und jetzt bin ich irgendwie bei Bigfoot zu Hause. Ja, und ich soll nicht... Ja, klar. Du warst auch irgendwie ganz auf der Spitze vom Schneeberg. Junge, ich weiß, ich bin ja... Wo bin ich hier gelandet? Und ich soll scheiß Wald. Und scheiß Wittenwald. Ja, ich war in einem Mischwald. Aber jetzt bin ich raus. Aber dann bleib, dann bleib, dann bleib da aber auch bitte. Ich bin so auf dem Berg. Hier ist ein Tropf. Oh, Junge. Ich hab hier so eine große Höhle gefunden. Gerade. Krass, wir haben ja so viel gefunden heute schon. Und ich hasse Pulverschnee. Ich hasse Pulverschnee, weil so ein Laub auch so durchwässig ist. Und ich bin body shaming. Ich weiß, ich hab's überleben. Mann, ich bin ja, die Schreiber hier fünf Millionen Blöcke und find kein Ding. Kein Arm. Kann ich mal da bleiben, wo du bist, wenn du nicht zu dir kommst. Ey, ich hab' so ein pinkes Bion gefunden. Oh Gott. Ich bin bei der Tropstein, ich bin bei der Tropstein, wo du gesagt hast. Ich bin bei minus 1400 und minus 1100. Junge Katja, ich weiß nicht, wo du bist. Ja. Bleib einfach da, bitte. Ja. Bleib ich. Bleib ich. Bitte. Ja, mach ich doch. Alles gut. Alles gut. Ja. Beruhig dich. Ich bin doch da. So. Höh. Was? Diese ist bei minus 1200 und dasteben. Egal. 800 und – 1200. Da warte ich jetzt. Und da. Mööööööööööööööööööööööööööööööööööööw съet das mein Leben. Undals eben auch so sass es was... Occ antidoterEMA… immer in einem Mammuschkuchen. antworten mir aber ich habe mich zurück so lustig guter bananenpflücker so recht ist ein bisschen bananenpflücker wenn er so gemein zu mir war es singen mag ich deswegen mag ich meine bananenpflöcker sind menschen die strohkarn heißen und stroh sind und andere sind keine bananenpflöcker deswegen gibt es nur einen einzigen auf dieser welt und er ist schroharn wenigstens ist mein name sagt man jetzt das hat das war jetzt gemein ich war habe ich jetzt getroffen denkst du mich nicht hat in meinem herzen wie gefahren ich hab jetzt auch ein drittes dort gefunden ich bin in irgendeiner höhle mit nix nicht schlechtes schmerz oder höhle bestrum du bist perfekt bist du antiker weg ist schlecht die leger geld und ich bin mir gedacht hat die fähigkeit in meinem in meinem wustkorb und sagen mein herzen deswegen herz sterben ich hab grad einen herzenfass tut mir leid soll ich kranken mal rufen nein wissen nicht ich möchte sterben oh man sagt doch sowas nicht so du kommst jetzt zu mir ich bin bei 1000 bei minus 1400 und bei minus 900 bei mir sind im Dorf und ich bin bei minus 1500 und bei minus 1200 da wo ich die ganze Zeit war und da kommst du jetzt her nein du kommst zu mir nein oh mein gott hier ist ein creeper schon sterben opa oh mein gott ich will gestorben nein ich stehe doch wenn du stirbst oh mein gott ich renne grad von dem creeper rückwärts weg ich trebe mich um von dem creeper ist dann so richtig wach digga hallo ich lauf grad von dem creeper rückwärts weg und dann ich trebe mich um auf einmal das komplett weiß das kuss vom exploden sowas ich komm grad zu dir komm wie nett ich bin dann mache ich einen loop weg auf ich habe mein kart raus bekommen oh mein gott 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 ich sehe dich bleib da stehen bleib da stehen bleib da stehen bleib da stehen ich hab dich bis zu spät egal es ist nie zu spät kann sich nicht mehr zu sein wo bist du denn weg geh weg oh manno mein wasser nein das brauchst du nicht ab ich brauch kein wasser ab keine angst kann ich gar nicht war mir krass wie gefunden bisher ich hab zwei dörfer gefunden du hast nichts gefunden aber der hat auch nicht war ja guck mal setze c.o.c. ich hab mich jetzt töten von dem Hüter ich hab mich jetzt töten von dem Hüter bisschen blauer Zombie aber der ist komplett blau das bist du in 50 Jahren das bist du in 50 Jahren ich hab das Böder weil ich finde ich nicht mehr krass ich schlafe auch weiter hab ich nicht mehr krass ich schlafe auch weiter hab ich nicht mehr du bist irgendwo hingerannt Digga weißt du du sagst du magst mir stehen bleiben aber immer wenn wir uns treffen bis so nach zwei Sekunden einfach weg ja das stimmt nicht das ist nicht das ist nicht das ist nicht nicht wenn ich jetzt bei der Traumstattel du lächst jetzt rein nach einem CUT Gamer ich meine Stroh so geht hier runter mega noch einmal ein CUT warum soll ich ein CUT machen hm ich bin jetzt grad eh ne Hüte reingefallen und das ist alles so sinnlos hier Leute ich würde sagen ich geh jetzt nach Hause aber ich hab jetzt hier ein bisschen was gesucht aber wir haben nichts gefunden Leute und deswegen ich jetzt mal immer Schlüssel geht das das funktioniert nicht und meine auch nicht deswegen will ich sagen ich werde die Folge ein deswegen beende ich einfach die Folge hier Leute und da und da läuft dann aufkämpfe perfekt zurück lasst ein Like und ein Abo da aktiviere ich doch um keine Leiterung von mir zu verpassen ich bleibe mich nicht ich lauf da hin lasst ein Like und ein Abo da aktiviere ich doch um keine Leiterung von mir zu verpassen und äh ja habt noch einen schönen Tag Nachmittag oder Abend das ist ein Dislike für perfekter das ist ein Like da für mich ich bin Strohkahn und ich mach auch nicht ich sag Hallo Leute ich bin Strohkahn und hab noch äh einen schönen Tag ja Ciao Bananenklöcker